Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN Germany. Russische Energiefirma stoppt Stromlieferungen nach Finnland. Ab Samstag soll kein russischer Strom mehr nach Finnland fließen. Der NATO-Beitrittskandidat rechnet nicht mit Versorgungsentpässen. Man habe sich darauf vorbereitet. Inmitten der Spannungen wegen eines möglichen NATO-Beitritts Finnlands stellt Russland seine Stromlieferungen in das Nachbarland ab Samstag ein. Das teilte das Energieunternehmen Ario Nordic Oil, ein Tochterunternehmen des russischen Konzerns InterAO, mit. Ario Nordic Oil begründete den Lieferstopp damit, dass Zahlungen ausstünden. Über die Energiebörse Nordpool seien seit dem 6. Mai keine Zahlungen bei der russischen Firma eingegangen, teilte das Unternehmen mit. Es könne daher die Rechnungen für die Stromimporte aus Russland nicht begleichen. Diese Situation ist außergewöhnlich und zum ersten Mal in unserer über 20-jährigen Handelsgeschichte eingetreten, führte Ario Nordic Oil aus. Es sei zu hoffen, dass sich die Lage bald bessere und der Handel wieder aufgenommen werden könne. Der finnische Netzbetreiber Finnritt rechnete jedoch nicht mit Versorgungsentpässen. Wir waren darauf vorbereitet, sagte der Fingritt-Manager Timo Kaukonen der Nachrichtenagentur AFP. Die Energie aus Russland mache rund 10% des gesamten Verbrauchs aus und könne durch Importe aus Schweden sowie Norwegen und zum Teil durch heimische Stromerzeugung ausgeglichen werden. Vielen Dank für's Zuschauen, vielen Dank für's Zuschauen, vielen Dank.